Hallo, mein Name ist Ivan Belesch und heute zeige ich Ihnen, wie Sie nach einem Import einer IFC-Datei ein Strukturmodell in ein Analyse-Modell umwandeln können. Als Tatiker oder Student haben Sie vielleicht schon eine IFC-Datei ins C-Engineer importiert. Sie haben dabei gesehen, dass das Modell nicht das ist, was Sie wirklich für die Berechnung brauchen. Zum Beispiel sind die Teile nicht verbunden, stehen nicht übereinander. Aber das ist normal. Das, was Sie in der IFC-Datei haben, das ist ein sogenanntes Strukturmodell. Die Geometrie dort passt für die CAD-Programme. Zum Beispiel, wenn Sie zwei Wände übereinander haben, die unterschiedliche Dicke haben und es ist zum Beispiel eine Außenwand, dann ist die in einem CAD-Programm meistens auf die Außenkante ausgerichtet. Aber für das Analyse-Modell sollen die Achsen übereinander stehen. Das Gleiche ist mit Stützen, die sollen übereinander stehen. Die Wände sollen miteinander verbunden werden. Rippen sollen als Rippen, nicht als freie Träger erkannt werden. Das alles muss man ändern. Und wie man das mit den Beam-Werkzeugen ins C-Engineer machen kann, zeige ich Ihnen in diesem Video. Jetzt sind wir ins C-Engineer und der erste Schritt ist, die IFC-Datei zu importieren. Datei, Import, IFC 2x3. Das ist eine sehr einfache Sache. Jetzt brauche ich die IFC-Datei zu finden, die ich mir vorher exportiert habe. Nach dem Import bekomme ich jetzt ein Menü, wo ich entscheiden kann, welche Teile ich importieren will. Und ich weiß, dass Bewehrung und Spannglieder nicht drinnen sind, deswegen schalte ich das aus. Es gibt dann noch hier Materialtabelle. Die können sich selektieren. Ich habe mir eine vorbereitet und ich zeige Ihnen die Datei. Das ist eine sehr einfache Datei. Erweiterung dieser Datei ist .con. Es ist eine Textdatei. Sie können das mit einem normalen Texteditor schreiben, nicht mit Wort. Nehmen Sie Notepad oder irgendwas, Notepad++. Bei Wort führt irgendwelche Zeichen da noch hinein. Das ist nicht gut für reine Textdateien. In der ersten Zeile steht Materials in eckigen Klammern. Zweite Zeile Strichpunkt. Und in weiteren Zeilen zuerst Name des Materials in der IFC-Datei ist gleich und Name des Materials ins CIA-Ingenieur. Das heißt, Mauerwerk wird übersetzt in Masonry. Und das werde ich jetzt importieren. Schauen wir uns die Konstruktion an. Die sieht für das CAD-Programm sehr gut aus. Zum Beispiel Außenkante ist schön ausgerichtet. Aber wenn wir uns jetzt die Achsen anschauen, zum Beispiel von dieser Wand und dieser Wand, dann sehen wir, dass die nicht übereinander stehen. Das ist logisch. Die haben unterschiedliche Dicken und weil sie auf der Außenkante ausgerichtet sind, sind die nicht übereinander. Dann sind die auch noch nicht bis zu der Achse der Decke gezogen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Aufgaben. Das Vereinheitlichen der Ebenen, dann Verlängen oder Verkürzen von den Objekten, bis sie sich in den Achsen treffen und dann selbstverständlich normal, wie sie ins CIA-Ingenieur machen, die Konstruktion verbinden. Als erstes aber werde ich jetzt diese Bodenplatte in eine Platte umwandeln. Das ist ein 3D-Körper. In Beam-Werkzeugkasten gibt es Umwandern, Körper in 2D-Teile umwandern, wird daraus eine Platte gemacht. Das ist deswegen notwendig, weil IFC-Datei kennt gewisse Objekte nicht. Zum Beispiel Bodenplatte ist dort nicht definiert, Riepe und manche andere Sachen, Einzelfundamente. Die werden immer exportiert als 3D-Körper und man muss das ins CIA-Ingenieur dann umwandern in Stäbe, Platten oder irgendwas anderes. So, und jetzt gehen wir in das Ausrichten. Und das erste ist, mache ich das schnell, was Sie dann bei kleineren Modellen machen können. Ohne viel erklären, werde ich jetzt alle Objekte nehmen und nehme hier ein paar Voreinstellungen. Zum Beispiel, bewegte Vorschau. Wenn ich dann auf die Vorschau hier draufklicke, sehe ich, was das Programm machen will. Und ich sehe hier zum Beispiel, dass das hier ziemlich schön ausgerichtet wird, aber diese Platte ist zu lang. Das ist deswegen, weil dieser Höchstabstand der Bezug der Knoten, das ist der Abstand der Knoten von der Bezugsebene. Von dieser Ebene ist der Abstand der Knoten zu groß. Das werde ich jetzt, sagen wir, auf 600 Millimeter erhöhen. Probiere, 700 Millimeter. Schau das einmal noch einmal an. Geht noch immer nicht. Ah, ich muss die zweite Ebene erweitern. Genau, habe ich vergessen. So. Und was wir dann noch machen sollen, ist, wenn wir uns das von oben anschauen, diese Wand habe ich schief gezeichnet, absichtlich. Passiert manchmal, dass die nicht richtig übereinander liegen. Es gibt hier einen Winkel, mit dem Sie die Wände in eine Ebene bringen können. Das heißt, wenn die Wände noch zwei Grad voneinander entfernt sind, werden die in eine Ebene versetzt. Und jetzt sieht das für mich ganz gut aus. Ich denke, da muss sich momentan nichts ändern. Ich würde jetzt die Ausrichtung starten und habe ein ganz schönes Modell, mit dem ich schon fast arbeiten kann. Ich müsste hier noch die Stäbe übereinander ausrichten, das habe ich nicht eingeschaut. Aber so lernen Sie das nicht. Deswegen gehe ich das jetzt detailliert, dieses Menü durch. Zuerst haben wir bei dem Ausrichten die Selektion. Wenn ich gewisse Teile vorher selektiere, dann fragt das Programm nicht und die Ausrichtung wird nur für diese Teile durchgeführt. Ich benutze das, wenn ich zum Beispiel nur Wände oder nur Platten ausrichten will. Und das ist so, wie ich normalerweise vorgehe. Ich selektiere jetzt eine Wand und über den Filter selektiere ich alle anderen Wände und schalte nur über die Aktivität alle diese Wände ein. Jetzt gehe ich in das Ausrichten. Vorher selektiere ich das. Wenn ich das nicht selektieren würde, ich würde ohne Selektion auf Ausrichten gehen, fragt das Programm wieder für alle Objekte. Wenn ich Ja sage, dann wird das auch für die Objekte gemacht, die ausgeblendet sind. Das ist ein bisschen unterschiedlich zu anderen Funktionen in C-Engineer. Das heißt, hier beim Ausrichten vorher selektieren. Jetzt schauen wir uns die Konstruktion an und sehen, dass keine von diesen Wänden fast übereinander liegen. Und jetzt kann ich die Wände übereinander bringen. Und das macht das Programm so, dass es Referenzebenen oder Bezugsebenen erkennt. Man sieht diese Bezugsebenen, hier zum Beispiel die vertikalen Ebenen. Das ist das, was das Programm erkannt hat. Zum Beispiel von diesen zwei Wänden wird die eine Wand als Bezugsebene erkannt. Schauen wir uns das von vorne an. Und das ist diese untere Wand. Das ist deswegen, weil die untere Wand ein bisschen größere Fläche hat. Und deswegen ist das die Referenzebene. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, Referenzebenen zu finden. Je höher diese Funktion ist, umso wichtiger ist es. Wenn Sie zum Beispiel ein Koordinatensystem haben und in diesem Bereich von 400 mm liegt auch noch Ebene von einem 2D-Teil, dann wird das auf die Ebene des Koordinatensystems ausgerichtet. Man sieht das, wenn ich zum Beispiel jetzt diese zwei Platten selektiere, schalte nur diese zwei Platten ein, dann haben wir hier das Koordinatensystem und hier haben wir noch Geschossebene. Jetzt gehe ich auf, selektiere ich das aus, gehe auf Ausrichten und schaue nach, was das Programm macht. Und Sie sehen, das wird jetzt in die Ebene des Benutzer-Koordinatensystems ausgerichtet, weil das Koordinatensystem hier aktiviert ist. Wenn ich das ausschalte, dann ist die Referenzebene diese größere Platte und die kleinere Platte wird in die größere Platte verschoben. Stockwerksebenen habe ich nicht aktiviert. Wenn ich die aktiviere, gehen beide Platten in die Ebene des Geschosses. Das heißt, Sie können das sehr gut benutzen, wenn Sie die Geschossebenen auf die Achsen von den Deckern vorbereiten, dann haben Sie die Decken gleich schön ausgerichtet. Dann müssen Sie nicht spekulieren, welche Platte größer oder kleiner ist. Jetzt könnte ich ruhig auch diese 2D-Ebenen von 2D-Teilen ausschalten. Es hat keine Auswirkung, weil das in diese Ebene umgeschaltet wird. Das heißt, je höher das hier steht, umso wichtiger. Das ist hier sehr wichtig für das Ausrichten. Jetzt gehe ich zurück, selektiere wieder diese Wand und selektiere alle anderen Wände. Schauen wir uns das von oben an. Normalerweise würde ich so vorgehen. Sie haben gesehen, bei kleineren Konstruktionen machen Sie einen Klick und wenn Sie gute Voreinstellungen haben, passt das alles. Bei größeren Konstruktionen, meiner Meinung nach ist das schon unübersichtlich. Wenn Sie irgendwo ein 5- oder 7-stöckiges Haus haben, dann müssen Sie kontrollieren, ob alles da ist. Meiner Meinung nach ist es besser, wenn Sie das lieber langsamer machen. Und ich würde zum Beispiel jetzt einfach alle diese Ebenen nehmen, die in X-Z-Richtung oder in Y-Z-Richtung verlaufen. So, alle diese. Klicke auf Ausrichten. Jetzt wird das nur für diese gemacht, die ich selektiert habe. Schauen wir die bewegte Vorschau an. So. Hier sieht das gut aus. Das haben wir schon angeschaut. Da werden diese zwei Wände übereinander gelegt, weil hier der Abstand 400 Millimeter ist. 400 Millimeter von dieser Ebene, von dieser Referenzebene, alles, was da drinnen liegt, wird in dieser Ebene zusammengeklappt. Und ja, normalerweise haben Sie Wände mit 20, 30 Zentimeter. Das ist, wenn Sie dort 200 Millimeter, 300 Millimeter umstellen. Oder Sie haben Zentimeter, das ist egal. Hier habe ich ein Problem, weil diese Mindestwinkel, wann die Ebenen noch als eine Ebene dann vereinheitlicht werden, ist nur ein Grad. Das muss ich ein bisschen erweitern. Und jetzt habe ich daraus eine Wand gemacht und die werden hier übereinander gelegt. Das passt mir hier. Diese passt mir auch. Ich habe mir das hier angeschaut. Was habe ich hier noch zum Einstellen? Das zeige ich dann nicht später. Schauen wir uns noch weitere Sachen an. Es gibt hier 2D Teile, Ebenen erweitern. Schauen wir uns die Ebenen. Vertikalen Ebenen habe ich hier von diesen Wänden. Die Horizontalen könnte ich ausschalten. Ich könnte zum Beispiel das da ausschalten. Wäre am besten. Bezugsebenen noch einmal. Sie sehen, dass über jede Wand eine Ebene gemacht wird. Die wird ein bisschen größer als die Wand. Wie groß das ist, hängt von dieser Einstellung ab. Wenn Sie das auf 0 setzen, dann haben Sie nur die Größe der Wand. 15 ist da voreingestellt. Sie können das vergrößern. 25. Du hast das auf 15. Es gibt hier noch eine andere Methode. 2D Teile, Ebenen erweitern. Und wenn wir uns jetzt auf die Ebenen anschauen, dann sehen Sie, dass das ein bisschen größer ist. Das heißt, diese Wand links und rechts werden alles in eine Ebene gemacht. Vorher könnten das getrennte Ebenen sein. Sie können entscheiden, ob Sie das mitnehmen oder nicht. Dann gibt es hier ein für mich ziemlich wichtiger Schalter. Ursprüngliche Modellform beibehalten. Wenn das eingeschaltet ist und der Ingenieur verschiebt eine Wand, dann wird in die Eigenschaften dieser Wand eine Exzentrizität eingetragen, damit die Wand wieder auf der ursprünglichen Lage im Modell sitzt. Müssen Sie selbst entscheiden, ob Sie das benutzen oder nicht. Ich präferiere das nicht. Ich lasse das jetzt einmal drin. Man kann das später sehr schnell ausschalten. Die Exzentrizitäten kann man auf 0 setzen. Ich lasse das jetzt einmal eingeschaltet, zeige Ihnen, was das macht. So, jetzt bin ich mit diesen Einstellungen zufrieden, kann mir die Einstellungen speichern für Zukunft und kann die Ausrichtung starten. So, jetzt sind die Wände übereinander. Kontrollieren wir das von oben. Diese sind übereinander, diese, diese und diese. Jetzt selektiere ich noch diese Wände und mache das Gleiche. Ausrichten. Weil ich mir das vorher gespeichert habe, habe ich alle diese Einstellungen. Da, ich brauche nur auf die Vorschau gehen und sehe, dass das alles schön hier gemacht wird. Aber Sie sehen diese und das ist, denke ich, ein Stab. Nein, das ist eine Wand. Zweite Ebene. Ah, die habe ich nicht selektiert. Dann mache ich das noch einmal. Was ist das? Das ist eine Wand. Die nehme ich mit. Ich möchte das schön übereinander haben. So, schauen wir uns das an. Okay, jetzt passt das alles. Ausrichtung starten. So, jetzt liegen die Wände übereinander. Der nächste Schritt, den wir machen, ist, dass wir diese Knoten hier verbinden. Bei so einer kleinen Konstruktion können Sie das für die ganze Konstruktion machen. Wenn das größer ist, können Sie zum Beispiel ein Geschoss selektieren. Sie können dann auch über die Geschosse arbeiten. Von oben anschauen. Selektieren. Ausrichten. Einstellungen sind da. Wir werden Ihnen die Ebenen von zwei Details ausrichten. Sie können noch einstellen, dass Sie nicht alles ausrichten, weil so werden Platten, Wände, alles gemacht. Sie können das ausschalten und sagen, nur Wände zu den Wänden ausrichten. Und dann haben wir diese Einstellung, Höchstabstand Knoten zur Bezugsebene. Das heißt, das ist mir meine Bezugsebene und das Programm sucht 510 mm links, 510 mm rechts, ob da irgendein Knoten ist. Wenn ja, wird er genommen und in die Achse verschoben. Der größte Abstand, in dem dieser Knoten verschoben wird, zum Beispiel der Knoten kann hier liegen und die Wand kann so sein. Das könnte zum Beispiel irgendwo 490 mm sein. Wenn ich das aber verschiebe, dann ist dieser Abstand schon mehr als 490 mm und das ist dieser Abstand. Das heißt, wo das Programm sucht, ist diese und der maximale Vektor, über den diese Knoten verschoben werden, ist diese Einstellung. Ich lösche das hier. Ich könnte ruhig, wir haben 20-30 cm Wände eingestellt, 200 mm, 200 mm komme ich gut zurecht. Wir können uns Vorschau anschauen und sehen, dass das alles schön verbunden sind. Wenn wir schon bei der Vorschau sind, hier können Sie das öffnen und Sie sehen hier jeden Knoten, der verschoben wird. Ausrichtung starten, es wird gemacht. Wenn es auf den ersten Mal nicht geht, manchmal gibt es Kollision zwischen Punkten, weiß das Programm nicht, soll es dort verschieben oder dort verschieben, dann wird der Punkt einmal nur gewisser Abstand verschoben, dann machen Sie das zweites Mal. Selektieren Sie die Wände, Sie können auch nur zwei Wände selektieren und dann können Sie das ausrichten. Schauen wir uns das jetzt von vorne an. Selektiere ich diese Wände, ausrichten. Das ist wurscht, das können wir ruhig so lassen, wie das ist. Ausrichtung starten. Das ist eine einfache Konstruktion. Dann wird alles schön gemacht. So, jetzt haben wir die Wände schön ausgerichtet und wir können uns auf die Platten konzentrieren. Selektiere ich die Platten. Schauen wir das von vorne an. Die Selektion kann ich so machen, damit wir sehen, wo wir uns bewegen und ich kann jetzt auf Ausrichten gehen, nur diese Platten. Geschossebenen würde ich jetzt nicht nehmen. Die sind meistens vom CAD-Programm auf Oberkante Rohbau. Das müsste man vorher korrigieren. Brauche ich in diesem Fall nicht. Könnte das ruhig so lassen, denke ich. Vorschau, ja, passt hier alles. Ausrichtung starten. Okay. Jetzt haben wir die Decken schön übereinander und jetzt müssen wir noch die Wände zu den Decken verschieben. Das machen wir jetzt für die ganze Konstruktion und ich selektiere hier, das lassen wir so, ich selektiere, dass ich nicht alles verschieben will, sondern, jetzt wird gespeichert, wie ich vorher ausschalten kann, nur Wände zu anderen 2D-Teilen. Und schauen wir uns das an. Kontrollieren wir von vorne und da sehen wir, dass die Wände schön bis zu den Achsen der Decken gehen. Stäbe nicht und jetzt weiß ich nicht, warum. Ich denke, dass dieser Mindestabstand sollte ein bisschen größer sein. Schauen wir uns das an. Ah, ja, klar, weil ich gesagt habe, nur Wände verschieben. Okay. Ausrichtung starten. Und jetzt schauen wir uns noch die Stäbe an. Die sind hier einmal. Ich selektiere auch die Decken. In die Decken soll das verschoben werden. Schauen wir uns das hier an. So, das sind die Teile, die wir jetzt ausrichten werden. So. Und hier werde ich, das kann ich ruhig einstellen, alles, aber ich möchte, brauche jetzt auch die Achsen von den Stäben. LKs-Ebenen von Eindetailern. Kontrollieren wir das wieder. Ja. So, die, diese zwei Stäbe gehen schön nach oben, aber gehen noch nicht bis zu der Kante, weil ich vergessen habe, die Wände zu selektieren. Macht nichts, machen wir im nächsten Schritt. Aber schön, die Achsen gehen dann bis zu Achsen der Platten. Ja, das kann man so lassen. Ausrichtung starten. Schauen wir uns wieder die ganze Konstruktion an. Jetzt muss ich noch diese Stäbe hier und diese Wände ein bisschen anpassen. Der Stab soll bis zu der Wand gehen. Wieder ausrichten. Schauen wir uns die Vorschau an. Und ich sehe, dass das schön bis zu der Achse geht. Da muss ich nichts umstellen. Wir haben eingestellt, alles wird ausgerichtet. Wieder Ausrichtung starten. Okay. Der letzte Schritt, den wir jetzt brauchen, ist, dass wir die Kanten von diesen Deckern, ich mache das auch für die Bodenplatte, Sie müssen dann entscheiden, ob Sie das bei der Bodenplatte machen oder nicht. Ich mache das jetzt für alle Teile, dass ich die bis zu den Achsen nehme. Es ist nicht zwingend notwendig, aber die Qualität solcher Elemente ist sehr miserabel. Das bringt Ihnen die Genauigkeit der Konstruktion ziemlich kaputt, weil Sie relativ viele Elemente haben mit niedriger Genauigkeit oder mit einem großen Fehler. Ich selektiere die Konstruktion, gehe auf Ausrichten und jetzt werde ich nicht alles ausrichten, sondern nur Platten zu den Wänden. Schauen wir uns das an. Hier passt das ganz gut, oben, hier unten nicht. Das ist einmal mit diesem Abstand 500 Millimeter schon zu wenig. Ich erhöhe das auf 800 Millimeter. Können Sie probieren. Man sieht das, man kann einfach den Abstand ändern und dann probieren. Okay. Wieder Ausrichtung starten. Jetzt haben wir das fast schon geschafft. Das Letzte, was wir machen müssen, das ist jetzt nur ein normaler Träger, aber wir möchten daraus eine Rippe machen. Das kann man beim Verbinden automatisch machen. Sie können das manuell, aber automatisch geht es schneller. Vorher werde ich die Konstruktion bereinigen. Es gibt einen schönen Knopf. Strukturdaten kontrollieren. Dabei entfernt das Programm Doppelknoten frei Knoten. Sie sehen, nach der Ausrichtung bleiben sehr oft Doppelknoten oder freie Knoten oder immer. Das muss man alles bereinigen. Und dann kann ich die Konstruktion verbinden. Warum ist das Verbinden notwendig? Erfahrene Nutzer wissen, Anwender wissen das zum Beispiel. Diese Platte, wenn ich diese Wand mit der Platte verbinden will, muss ich das entweder manuell oder hier automatisch verbinden. Wenn etwas an der Kante verbunden ist, wenn das zwei identische Kanten hat, dann ist das automatisch verbunden. Man sieht das ganz schön, wenn Sie unter Einstellungen Farben, Linien gehen und dann definieren Sie die Achse auf eine sehr dünne Kante und wenn Sie jetzt das FNetz generieren und dann auch einschalten, es ist hier unter Netz und dann gibt es hier freie Kanten. Die freien Kanten sind dick gezeichnet und das ist die Kante, die nicht verbunden ist. Aber das ist falsch, das soll hier verbunden sein. Klar, dass das eine freie Kante ist, bei den Öffnungen auch. Aber zum Beispiel das da muss unten in die Bodenplatte und oben in die Decke verbunden werden. Und diese Verbindung macht dieses Werkzeug nochmal für alles. Es macht für die ganze Konstruktion, aber nicht nur das Verbinden, ich kann hier auch gleich selektieren, ein Detail als Rippen anschließen. So, wenn ein Stab in einer Platte liegt, dann wird das in eine Rippe umgewandert. So, und ich habe zwei Balken als Rippen angeschlossen. So, das ist jetzt die automatische mitwirkende Plattenbreite, die wird sich dann die Breite nach der Berechnung automatisch anpassen. So, das war's hier. Ich habe hier vergessen, wahrscheinlich habe ich zu große Abstände eingestellt irgendwann für die Fenster. Das würde ich nicht so machen, aber das macht nichts. Jetzt der letzte Schritt, damit wir das mit einer Berechnung beenden können, schalte ich Baugrund ein, gehe in das Strukturmenü, da Modellkomponenten, Auflage, elastische Beton, ich nehme mir den Default-Wert auf diese Bodenplatte und dann brauchen wir noch Lastfall-Eigengewicht. Ich benutze jetzt das automatische FN-Netz nicht, ich setze das jetzt auf 30 Zentimeter und können uns das einmal durchrechnen lassen und schauen uns dann die Verformung an. Um dann zu rekapitulieren, gehe ich noch einmal in das Menü für die vom im Werkzeugkasten und erkläre das dann ganz schnell noch einmal durch, falls sie bis jetzt geduld haben, das anzuschauen. So, dann haben wir unsere verformte Konstruktion. Passt, nichts hängt da herum. Schauen wir uns an, ob ich etwas vergessen habe. Ja, ich habe doch etwas vergessen. Diese zwei Wände, ich habe am Anfang gesagt, dass ich die Ausmitte mitgenommen habe. Jetzt selektiere ich nur von oben machen wir das ja, selektiere so diese Wand und nein, die nicht. Diese. Und diese zwei brauche ich da nicht. Diese unter, ach Gott, wollte die andere selektieren, machen wir das so. Okay, jetzt habe ich hier diese zwei Wände und die untere Wand ist auf dem ursprünglichen Platz geblieben, die obere Wand wurde verschoben, aber sie hat hier diese Exzentrizität bekommen. Das war mit diesen, Entschuldigung, mit diesen Kontrollkästchen beim Ausrichten hier unter erweitert ursprüngliche Modellform behalten. Deswegen wurde da die Exzentrizität hinzugefügt. Wenn sie das ausschalten, dann haben sie die Exzentrizität nicht drinnen. Sie können aber auch nachträglich alle diese Wände selektieren und bei der Ausmitte einfach null definieren. Okay, die Berechnungsdaten werden gelöscht. Und dann ist die Exzentrizität auch weg. Das alte Modell, was wir vorher hatten, das heißt das Strukturmodell und das haben wir noch immer drinnen. Das ist das ursprüngliche Modell, was ich importiert habe. Sie können sich immer beide Modelle anschauen, entweder das eine oder das andere oder beide Modelle übereinander und können die miteinander vergleichen. So, danke für die Geduld, dass Sie das Video angeschaut haben. Ich hoffe, dass Sie was gelernt haben. Ich habe sicher viele Sachen vergessen und ich freue mich, dass Sie sich das nächste Video irgendwann anschauen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.